Hallo YouTube-Freunde, der Bauer Aussie will da Brandkalk laden und nicht wie letztes Jahr, da habe ich Schutzbrille, Atemschutzmaske, letztes Jahr habe ich eine Ladung ins Auge gekriegt und das war höchst unangenehm. Darum dieses Jahr ist der Bauer Aussie vorsichtig. Die Brille habe ich vom Kalkwerk Isisstein in Deutschland, wir waren im Maschinenring dort und haben das Kalkwerk besichtigt. Da hat jeder Besucher seine Brille bekommen und ich habe gefragt, ob ich die behalten kann, jawohl und jetzt wird die benutzt. Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauer Aussie heute Montagabend? Ich starte da noch mit einem Feldgruppen. Es ist jetzt 10 nach 9, sieht man das ja. Auf dieses Feld habe ich Kompost streuen lassen, habe Mist ausgebracht, für eine leichte Missgabe und heute habe ich noch Brandkalk gestreut. Und jetzt fahre ich da mit dem Grupper durch und morgen mit dem Klingenrotor und morgen sollten auch Zuckerrüben gesät werden. Das wäre das Programm. Gruppen heute Abend, diese knapp 3 Hektaren. Nachher schauen wir morgen, je nach Wetterlage, kann ich dann mit dem Klingenrotor arbeiten oder es regnet. Uns geht nicht. Das ist das Programm vom Bauer Aussie heute Montagabend. Da ist hinter mir, man sieht hier den Staub vom Brandkalk. Ich kann da hinten die Scheibe nicht öffnen, das ist sehr aggressiv. Kommt der da gerade rein, ich wollte da Videoaufnahmen machen. Aber sofort wieder geschlossen. Das ist das Programm. Wir gehen nicht. Da gehen nicht. Das ist das Programm. Das Remis ist das Programm. Die Pfix war ein Irrück. Untertitelung. BR 2018 So, es ist jetzt 20 nach 10, Kaffee-Time für Powerhouse. Bevor ich da den Rest fertig gruppere, gibt es da einen Kaffee. Einmal kein Bier. Und ein Amicelli. Schokolade. 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 Vielen Dank.